Einen guten Abend wieder zu unserem Bible Study. Wir machen weiter mit unseren kleinen Propheten und haben heute das kürzeste Buch der Bibel, das Alten Essermenzen, mitgebracht. Und so wird es hoffentlich auch der kürzeste Vortrag zu den Alten Essermenzenenbüchern. Für Obatia, der allerdings kaum bekannt ist. Wir werden uns folgende sieben Sachen anschauen beim Propheten Obatia. Einmal den Propheten selbst. Was ist der Inhalt seiner Weissagung? Wir können das ganze Buch lesen, es sind nur 21 Verse. Und dann die Beziehung Israels zu Edom. Denn im Buch Obatia geht es ja um ein Strafgericht über Edom. Und von daher ist es wichtig zu wissen, wie ist eigentlich diese Beziehung zwischen Edom und Israel all die Jahrhunderte gewesen. Es gibt dann interessante Parallelen zu anderen Weissagungen über Edom. Das ist ein ziemliches Thema im Alten Testament, in der Prophetie. Und besonders starke Parallelen gibt es dann zu zwei Büchern, nämlich zu Jeremia 49 und auch zum Buch Joel. Da gibt es dann sehr intensive Beziehungen zwischen dem Buch Obatia und diesen Kapiteln oder Büchern. Die zeitliche Einordnung des Buches wird noch behandelt. Und als letztes und vielleicht auch wichtigstes dann die Botschaft Obatias. Was bringt uns dieses Kapitel? Warum steht es in der Bibel? Manche würden es überhaupt nicht vermissen, wenn es nicht drin stehen würde. Aber es hat doch auch eine bedeutende Botschaft, die völlig unterschätzt wird oft. Der Prophet Obatia, es ist das kürzeste Buch des Athe, 21 Verse, aber schon Hieronymus, der Kirchenvater, hat gesagt, so klein dieses Buch ist, so schwierig ist es auch. Und das stimmt, einmal vom Verständnis des hebräischen Textes, der ziemlich schwierig ist, weil es da auch Manuskriptprobleme gibt und auch die Übersetzung manchmal große Probleme bereitet. Also das Verständnis des hebräischen Textes ist eine Schwierigkeit. Aber noch schwieriger ist eigentlich das theologische Verständnis, das Strafworte. Wie muss man das eigentlich einordnen, dass hier dieses Gericht über Edom verkündet wird? Obatia, der Name des Propheten, heißt einfach der, der Jahwe dient oder der Jahwe anbetet. Und sonst ist nichts bekannt über ihn. Buchtitel Schauung Obatias, dieser Begriff Schauung, betont, dass es praktisch eine Vision ist oder eine göttliche Offenbarung. Und dieser Begriff kommt auch bei anderen Propheten vor, z.B. bei Jesaja, dass es eine Schauung ist, die er gehabt hat. Also so ist er praktisch wirklicher Offenbarungsträger, weil der Begriff Schauung auf eine übernatürliche, von Gott stammende Offenbarung hinweist. So spricht Adonai Jahwe über Edom. Also es ist nicht etwas, was Obatia sich ausgedacht hat, weil er irgendwie schlecht zu sprechen ist auf Edom oder die nicht leiden kann. Sondern es ist Adonai Jahwe, der Herr, der Herr von allem, Jahwe, der Gott Israels. Er ist es, der diese Botschaft durch Obatia verkündigen lässt. Zur Person Obatias ist praktisch nichts bekannt. Es wird auch in dem Buch selbst überhaupt nichts über ihn Näheres gesagt, nur dass er derjenige ist, der das geschaut hat. Der Name Obatia kommt zehn oder zwanzig Mal vor in der Schrift, also verschiedene Personen dieses Namens. Aber es gibt keinen, den man mit diesen Propheten identifizieren kann. Das Einzige, was manchmal vorgeschlagen wird, ist, dass dieser Minister von Ahab, der hieß Obatia, dass der identisch sei mit diesem Prophet. Aber das ist eine reine Spekulation und mehr als die Namensgleichheit, gibt es keine Gründe dafür. Also man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass Obatia außerhalb dieser Schrift im gesamten Alten Testament einfach nicht bekannt ist. Der Inhalt seiner Weissagung gliedert sich in zwei Hauptstücke. Das erste Hauptstück geht von Vers 1 bis Vers 14 und der zweite Teil von Vers 15 gehört irgendwie noch zu diesem Hauptstück. Da geht es um eine Vision, eine Vision über Edom. Und diese Vision über Edom, also der fast zwei Drittel des Buches, geht also über die Vision über Edom, zerfällt in drei Teile, die ähnlichen Umfang haben jeweils. Der erste Teil, Edoms Untergang wegen Überheblichkeit, wird angesagt. Also Überheblichkeit. Und ich lese diese Verse. Diese ist es, was Obatia geschaut hat. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Also Gott, der Herr, ist dann Adonai, Yahweh. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Also Edom soll bekämpft werden. Siehe, ich habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst. Denk mal an die Felsenstadt Petra, die Hauptstadt dieses Reiches. Und das fand ich total kunstvoll, diese Häuser in den Felsen zu bauen. Und da waren sie auch sehr stolz drauf. War auch fantastische architekterische Leistung natürlich. Auch die Bewässerung dieser Stadt. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern. Und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Also gerade durch diese geografische Lage, die war sehr sicher, dieser Ort. Und da haben sie Hochmut entwickelt. Wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler und machst es ein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also Hochmut kommt ja vor dem Fall. Und das ist auch hier so. Edoms Untergang wird wegen seiner Überheblichkeit angesagt. Die totale Verwüstung Edoms wird dann beschrieben und sie erfolgt sogar durch Bundesgenossen, was auch noch einen tieferen Sinn hat, wie wir sehen werden. Die totale Verwüstung Edoms wird in den Versen 5 bis 9 dann beschrieben. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, wie sollst du dann zunichte werden? Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. Und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine Nachlese übrig lassen. Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Alle seine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Was gilt's, spricht der Herr? Ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Auch deine starken Themen sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Also das ist sehr krass, sehr drastisch, sehr vernichtend, totale Verwüstung Edoms und das noch auch mithilfe von Bundesgenossen. Und dann finden wir die Begründung im dritten Teil dieses ersten Hauptteils, diese Vision über Edom. Die Begründung, warum sie so verwüstet werden, nämlich die Gräueltaten gegen ihren Bruder, in Anführungszeichen, Judah. Also Edom stammt ja von Esau ab, dem Zwillingsbruder Jakobs. Und umso schlimmer ist es, wie Edom sich dann gegenüber Israel verhalten hat. Und das wird mit als eine Begründung genommen. Diese Gräueltaten gegen ihren Bruder, Judah, werden praktisch Edom dann zum Verhängnis. Die Verse 10 bis 14 und 15b. Um des Frevels Willen an deinen Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Also wird hier die dauerhafte Totalvernichtung angesagt. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und das, obwohl es praktisch ein enger Verwandter war, von der Abstammung her, war wie die Feinde, die sich da an Jerusalem bedient haben. Du sollst nicht mehr herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und sollst dich nicht freuen über die Söhne Judah zur Zeit ihres Jammers und sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst. Du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Also gerade praktisch, wenn es ihnen dreckig ging, als sie Hilfe gebraucht hätten, hast du dich beteiligt, sie noch auszublindern und die Not zu vergrößern. Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seinen Entronnen zu morden. Du sollst seine Übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Und der Vers 15b. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du es verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also in dieser Vision über Edom wird der Untergang Edoms angesagt wegen Überheblichkeit. Die totale Verwüstung Edoms wird beschrieben, was auch durch seine Bundesgenossen erfolgt. Und die Begründung für die Vernichtung Edoms sind die Gräueltaten, gerade gegenüber ihrem Bruder Jakob. Der zweite Hauptteil des Buches Obadja nimmt dann etwa das letzte Viertel ein, nämlich das Thema der Tag Jahwes. Der Tag Jahwes ist ein stehender Ausdruck und mein Gerichtstag Jahwes wird oft auf das Ende bezogen, also auf das Endgericht, wenn Gott kommt und die Völker richtet. Aber der Gerichtstag Jahwes kann auch zu jeder Zeit irgendwo in der Geschichte stattfinden, wenn Gott halt Gericht übt, oft durch andere Nationen. Wir werden da noch näher darauf zu sprechen kommen. Also der Tag Jahwes ist ein Gerichtstag Jahwes. Und beim Thema der Tag Jahwes, Vers 15a und 16 bis 21, haben wir auch drei Teile, die natürlich etwas kürzer sind. Einmal Gericht über die Völker, Vers 15a und Vers 16. Also jetzt wird der Blick geweidet vom Strafgericht über Edom oder Esau, wird der Blick jetzt geweidet auf das Gericht über alle Völker. Denn in Vers 15a heißt es, denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Also nicht nur über Edom, sondern über alle Heiden. Gericht über die Völker. In dem Zusammenhang, wenn von dem Gericht über die Völker gesprochen wird, wird gleichzeitig dann aber von der Errettung für Jakob gesprochen. Vers 17 bis 20. Als Gericht über die Völker, Vers 16 gehört noch dazu. Denn wie ihr auf meinem Heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, so sollen sie saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Dieses Trinken und Saufen meint praktisch den Gerichtskelch Gottes austrinken müssen. Das ist ein stehendes Bild im Allentestament. Also Jeremia lässt auch mal so verschiedene Diplomaten aus dem Kelch trinken und sagt, das ist der Kelch Gottes, also das Gericht Gottes wird über eure Völker kommen. Und hier den Kelch Gottes trinken, meint das Gericht Gottes nehmen. Denn wie ihr, also die Juden, auf meinem Heiligen Berg getrunken habt, also praktisch das Gericht Gottes empfangen habt in Jerusalem damals, als Gott Jerusalem gerichtet hat. So werden jetzt die Völker, ja, so sollen alle Heiden täglich trinken. Ja, sie sollen saufen, also das Gericht und den Zorn Gottes sollen sie trinken, saufen und ausschlürfen, diesen Becher des Zorns ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen, also was zu ihrem völligen Verschwinden führt. Also Gericht über die Völker als erster Unterpunkt zu dem Themenkomplex der Tag Jahwes. Aber das Gericht über die Völker hat dann auch eine rettende Funktion für Jakob, für Judah. Da heißt es, aber auf dem Berg Zion, das ist Jerusalem mit gemeint, aber auf dem Berg Zion werden Gerettete sein und er, also der Berg Zion, soll heilig sein und das Haus Jakobs soll seine Besitzer besitzen. Also die Juden sollen wieder herrschen über Israel. Und das Haus Jakobs soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme, also Südreich, Nordreich gemeinsam, aber das Haus Esau Stroh. Also Bilder, die zeigen, dass praktisch dann das Vereinigte Israel Gericht üben wird an Esau. Als Gegenteil von dem, was jetzt erst wohl kürzlich passiert ist. Sodass sie vom Haus Esau nichts übrig bleibt, denn der Herr hat's geredet. Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen und das Hügelland, das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin, das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel, also die, die in die Gefangenschaft geführt wurden, die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kananiter bis nach Zarpath besitzen und die Weggeführten von Jerusalem, die in Separat sind, werden die Städte im Südland besitzen. Also sie hat ein Bild gezeigt, dass praktisch die Gefangenen, die weggeführt worden sind, wahrscheinlich im Zusammenhang der Zerstörung Jerusalem 586 v. Chr. nach Babylon weggeführt worden sind, dass diese Gefangenen am Ende wieder das ganze Land besitzen werden. Also Errettung für Jakob. Von daher ist es etwas sehr Ermutigendes innerhalb des Buches Obadja, obwohl das Hauptthema ist Strafgericht über Edom. Aber haben wir auch eine Errettung für Jakob oder für Israel. Und dann ein letztes Thema noch, Jahwes Königsherrschaft. Damit schließt die Prophezeiung von Obadja. Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Also hier wird ein Blick geworfen auf das Ende, wenn das Königreich Gottes aufgerichtet ist. Die Königsherrschaft wird des Herrn sein, also wird Gottes gehören. Das ist schon das ganze Buch, so dass wir einen groben Überblick jetzt haben über den Inhalt. Das nächste Thema ist sehr wichtig zum Verständnis, dieses Strafgerichts über Edom. Was war denn die Beziehung zwischen Edom und Israel im Laufe der Zeit? Und dann muss man ganz weit zurück ins erste Buch Mose, in die Geburtsstunde von Edom. Das ist auch genau die gleiche Geburtsstunde von Israel. Denn Edom oder Esau und Jakob, Israel, waren Zwillingsbrüder. Und wir sehen dann im ersten Buch Mose eine Rivalität unter diesen Zwillingsbrüdern. Von Anfang an, fängt schon beim Geburtsvorgang an, dass der Jakob die Ferse vom Esau hält, so ungefähr als Vater, ich will doch der Erste sein. Da fängt die Rivalität schon an. Und dann wird es weitergeführt, heißt es, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann kauft der Jakob dem Esau ja das Erstgeburtsrecht ab und betrügt ihn dann beim Segen des Vaters, sodass er den ersten und Hauptsegen des Vaters bekommt. Also wir haben Rivalität unter Zwillingsbrüdern. Und diese Rivalität führt dann zunächst zu einer vorübergehenden räumlichen Trennung, dass der Jakob, nachdem er seinen Bruder um den Erstgeburtszegen betrogen hat, muss er fliehen, weil der Esau Mordgelüste hat gegenüber Jakob. Haben wir eine vorübergehende räumliche Trennung. Er geht 20 Jahre dann weg zu Laban, seinem Onkel, und heiratet dort, kriegt Kinder und kehrt dann zurück und versöhnt sich mit Esau. Aber es kommt dann auch zu einer endgültigen räumlichen Trennung, dass am Ende, weil die Herden jeweils zu groß sind, dann Esau sich vom Acker macht, buchstäblich, das Heilige Land verlässt und in das Gebiet östlich des Jordans zieht, in das Gebirge Seir, dort, wo dann später Esau und Edom auch siedelt. Und Jakob, Israel, bleibt im Land Kanaan. Also diese Rivalität unter Zwillingsbrüdern mit räumlicher Trennung, aber auch zwischenzeitlicher Versöhnung. In der Königszeit, machen wir einen Riesensprung, war es meist so, dass Israel die Oberhoheit hatte über Edom. Also Israel war immer stärker oder in der Regel stärker als Edom und hatte Edom beherrscht, hatte die Oberhoheit über Israel. Das entspricht auch dem Erstgeburtssegen, dass er herrscht über seine Brüder. Und es war dann auch immer ein Kennzeichen in den Königsbüchern für das Maß, wie stark ein Judah war. Wenn es stark drauf war, dann hat es auch immer die Herrschaft über Edom gehabt. Und nur in Zeiten der Schwäche hat es keine Herrschaft über Edom gehabt. Also das war dann das Normale. Israel hat die Oberhoheit über Edom. Es gibt diverse Kriege, die berichtet werden, die oft durch wunderbares Eingreifen Gottes dann auch begleitet sind. Und in der Regel sind es dann Siege Israels über Edom. Dann tritt Edom in Erscheinung bei einer anti-babylonischen Konferenz. 594 vor Christus war in Jerusalem. Da war Jerusalem schon zweimal durch Nebukadnezar praktisch erobert beziehungsweise unterworfen worden. Und es gab dann Wegführungen. 597 vor Christus wurde Hesekiel und auch etwa 10.000 Juden wurden weggeführt in die babylonische Gefangenschaft im Zuge der zweiten Welle. Bei der ersten Welle 605 war Daniel dabei und seine Freunde. Bei der zweiten großen Welle waren dann die etwa 10.000 Handwerker, kriegswichtige Leute, edle Leute und auch Priester und so wurden da weggeführt. Und ein paar Jahre danach hat dann Zedekiah rebelliert. Und das wollte er nicht allein, sondern hat dann praktisch eine Allianz versucht, er zu schmieden gegen seinen Oberherrn Babylon und hat eine anti-babylonische Konferenz in Jerusalem einberufen. Jeremia 27, Vers 3 berichtet davon. Und da war auch Edom dabei. Aber offenbar hat sich Edom dann doch nicht dieser anti-babylonischen Koalition angeschlossen, um den Aufstand gegen die Weltmacht Babylon zu wagen, sondern Edom hat es dann vorgezogen, sich doch dem Stärkeren anzuschließen. Man muss ja immer überlegen, wo hat man größere Chancen. Und Edom hat gemeint, sie können besser fahren, wenn sie sich nicht in den Widerstand gegen Babylon begeben, sondern wenn sie mit Babylon paktieren. Und das bedeutet allerdings dann auch, indem sich Edom mit Babylon und Babylonien verbündet hat, dass Edom dann ganz auch zum erbitterten Gegner und Feind Judas wurde und bei der Eroberung Jerusalems dann auch mit dabei war, als die Stadt dann erobert wurde, als die Leute getötet wurden, die Stadt geplündert wurde und so weiter. Das bezeugen Klagelieder und Hesekiel an mehreren Stellen, dass Edom da auch mit vorne dran war. Ja, also da haben sie sich dann sozusagen mal gerecht für vieles, was in der Geschichte vorher war und haben sich sehr feindselig gegenüber ihrem eigentlich Verwandten, nämlich Israel, verhalten. Das war die Beziehung zu Edom und dieser Verrat an seinem Bruder von der Abschreibung her, Zwillingsbrüder, wird von Gott als sehr große Treulosigkeit auch bewertet. Es gibt dann Parallelen zu anderen Weissagen über Edom, obwohl Edom eigentlich klein war und politisch relativ unbedeutend, gibt es in der Prophetie doch sehr viele Stellen, die auf Edom eingehen und das Gericht Gottes über Edom beschreiben und ansagen. Und man hat den Eindruck, dass Edom oft ein bisschen exemplarisch eigentlich steht, was passiert einer Nation, einem Volk, das sich feindlich gegenüber Israel verhält. Und gerade Isaiah 34 ist da extrem ausführlich, dieses Gericht über Edom. Isaiah 63, da ist es strategisch, das heißt, da wird ein Kampf in Edom geschildert in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Das ist ein messianischer Text. Da geht es um Christus als der Rächer von Bosra, der Edom den Chaos macht. Und andere Texte, vor allem auch Jeremia 49, sehr ausführlich. Und Joel hat sehr viele Stellen, wo Gericht über Edom angesagt wird. Also Edom spielt eine große Rolle in der Prophetie und es ist in der Regel eine massive Gerichtsprophetie, ohne Hoffnungselemente, dass am Schluss es zu einer Wiederherstellung Edoms käme. Im Gegenteil, Edom, so wie Sodom und Gomorrah, als ewiges, abschreckendes Beispiel dienen, die Vernichtung von Sodom und Gomorrah, so soll auch die Zerstörung Edoms dann endgültig sein, um als abschreckendes Beispiel zu dienen, was dem passiert, der so treulos gegen seinen eigenen Bruder handelt. Also Parallelen zu anderen Weissagungen. Besonders stark sind diese Parallelen zu Jeremia 49 und Joel. Und man sieht das praktisch fast zu jedem Vers in Obadja. Also fast jeder Vers ist betroffen. Fast zu jedem Vers in Obadja gibt es dann auch in Jeremia oder in Joel einen Anklang. Das ist nicht unbedingt immer wortwörtlich zitiert, aber wo eine starke Parallele sichtbar wird, sehr ähnlich wie das, was hier in Obadja steht, findet sich dann in Jeremia 49 oder in Joel. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Stellen im Einzelnen eingehen, sondern nur einfach darauf hinweisen, dass es so ist. Und wenn Obadja im 8. Jahrhundert geschrieben hat, was sehr wahrscheinlich ist, und Jeremia, der ja im 6. Jahrhundert lebt, und Joel, der möglicherweise auf jeden Fall nach dem 8. Jahrhundert, aber möglicherweise sogar nach exilisch ist, dass er dann auf Obadja zurückgreift oder das zumindest kennt, was Obadja geschrieben hat, ist ja dann nicht verwunderlich. Wie ist das Buch zeitlich einzuordnen? Es gibt eine Möglichkeit, es ins 9. Jahrhundert einzuordnen. Wenn man sieht im Hintergrund, es gab mal einen Krieg zwischen Edom und Joram, König von Judah, und der wird in 2. Könige 8 beschrieben, und auch in 2. Chronik wird das, wie dieser Krieg, beschrieben. Und das wird von manchen Auslegern als Hintergrund angenommen für das Strafgericht gegenüber Edom, wie wir es im Buch Obadja finden. Hinzu kommt, als Hauptargument eigentlich für eine sehr frühe Ansetzung, dass die Stellung Obadjas im 12-Propheten-Buch bei den älteren Propheten liegt, also bei den Propheten des 8. Jahrhunderts. Und das ist natürlich eine menschliche Einordnung. Und ob die immer stimmt, ist die Frage, weil es eben eine menschliche Einordnung ist. Aber das ist eine Möglichkeit, es sehr früh anzusiedeln. Wenn man den Inhalt in Betracht zieht, ist es aber viel wahrscheinlicher, dass Obadja die Situation von der Zerstörung Jerusalems reflektiert oder auch voraussetzt. Dass bei Jerusalem zerstört worden ist, Edom hat mitgemacht an der Seite der Babylonier und hat diesen riesigen Schaden mitbewirkt und sich darüber gefreut und genüsslich getan. Und dafür wird es jetzt bestraft von Gott oder soll es bestraft werden von Gott. Vor allem die Verse 11 bis 14 scheinen den Fall Jerusalems 586 v. Chr. vorauszusetzen. Wir haben die Stellen schon gelesen. Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen. Das ist nicht irgendwo ein Krieg zwischen Judah und dem Nordreich, sondern das ist ein Krieg zwischen Judah und irgendwelchen Heiden. Und es war nicht oft, dass Jerusalem erobert wurde und das Heiden in den Toren Jerusalems einzogen. Aber als die Babylonier das taten, das war sehr markant. Und die Jerusalem das loswarfen, da warst auch du wie einer von ihnen, eben als Bündnisgenosse der Babylonier. Und dann wird oft gesprochen von dieser Zeit seines Elends, zur Zeit seines Jammers usw. Und die Zeit des Elends und die große Zeit des Jammers war natürlich die Zeit, in der dann die Klagelieder beschreiben, wo die Totenklage über Jerusalem gehalten wurde, nachdem Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat und der Tempel niedergebrannt worden ist, ausgeraubt worden ist, die Bevölkerung, die Restbevölkerung großteils noch in die Gefangenschaft geführt worden ist und nur noch ganz wenige arme Leute übrig blieben. Das war eine schreckliche, furchtbare Zeit des Elends. Alles war kaputt. Darauf spielt Obadja sehr wahrscheinlich an. Also das ist ein sehr starkes Argument für eine Abfassung im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Erinnerung an diese Zerstörung ist aber noch so lebendig im Buch Obadja, dass man jetzt auch nicht denkt, dass es irgendwie 100 Jahre später ist oder so, sondern irgendwo in den Jahren und Jahrzehnten nach der Zerstörung Jerusalems, er aber näher dran an 586 vor Christus. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass das Buch Obadja dann immer wieder auch vorgetragen wurde oder vielleicht zum ersten Mal vorgetragen wurde, vielleicht sogar, bei sogenannten Trauer- und Klagegottesdiensten, die die Juden eingerichtet hatten, nach dieser Riesenkatastrophe. Als Zerstörung Jerusalems und des Tempels 586 und die Dritte Welle der Deportation nach Babylonien war die bis dahin größte und schlimmste Katastrophe, die Israel überhaupt erlebt hat. Und als Reaktion auf diese Katastrophe haben sie jährlich Gedenkfeiern oder dann Trauer- und Klagegottesdienste abgehalten, um diese Not, dieses Leid, Gott zu klagen. Und da würde das Buch Obadja vom Inhalt her auch sehr gut hineinpassen. Offenbar sind die Exiljuden noch nicht zurückgekehrt, was 538 dann der Fall war, weil hier gesagt wird, hier wird die ja erst noch verheißen, aber auf dem Berg Zion werden Geräte sein und so weiter und dass sie da zurückkehren werden, dass die Gefangenen zurückgekehrt werden, die weggeführt werden von Israel, werden die Städte der Kanäle wieder besitzen. Wenn das hier eine Zukunftsprophetie ist, dann hat es ja noch nicht stattgefunden. Also muss diese Prophetie zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Rückkehr aus dem Exil sein, aber sicherlich viel näher an der Zerstörung Jerusalems. Und dadurch, dass Edom selber 552 vor Christus zerstört wurde von den Babyloniern, also ihren früheren Bundesgenossen, wie es die Prophetie hier auch sagt, kann man eigentlich die Eingrenzung sehr gut machen. Das Buch Obadja setzt mit ziemlicher Sicherheit die Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus voraus und muss verfasst worden sein, bevor Edom dann tatsächlich zerstört worden ist durch die Babyloner 552. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es vielleicht 585, 88, 88 in der Richtung entstanden ist. Das Wichtigste ist die Botschaft Obadjas. Was hat dieses kleine Buch uns zu sagen? Warum steht es in der Bibel? Was ist die bleibende Botschaft auch für uns als Christen heute? Das Wort Gottes hat immer eine Relevanz. Und man kann eigentlich vier Botschaften hier erkennen und die werde ich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen. Aber diese vier sollten wir im Hinterkopf behalten. Das Buch Obadja ist ja ein Strafgericht gegen Edom in erster Linie. Aber man darf es nicht nur unter diesem Gesichtspunkt sehen, sondern es ist vor allem auch in erster Linie mal eine Ermutigung für die Juden. Inwiefern es eine Ermutigung ist, das will ich noch gleich erklären, aber es ist ein Wort der Ermutigung für die Juden. Es ist ja auch nicht an Edom geschrieben. Es ist das Wort, was Obadja über Edom geschaut hat, aber es wird den Juden gesagt, den Juden mitgeteilt. Und für die ist es eine Ermutigung. Eine zweite Botschaft ist, dass die Schuld Edoms aufgedeckt wird. Wird ganz klar benannt, was ihre Schuld ist. Und Gott als der gerechte Richter der Völker, das ist jetzt so ein Thema, was heute nicht so politisch korrekt ist oder so stark im Fokus steht, dass Gott der gerechte Richter der Völker ist, der auch in der Geschichte die Völker richtet. Ich meine, dass Gott am Ende der Welt, weil die Völker richtet, das wird noch akzeptiert. Aber dass Gott im Hier und Jetzt, in der Politik, im normalen Weltgeschehen, auch Gerichte an Völkern übt, ist etwas, was bei vielen Christen also gar nicht so auf dem Schirm ist. Sondern Gott und die Völker, da denkt man immer nur, Gott liebt die Völker, Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, Weltmission und das wäre es. Das stimmt natürlich, dass Gott die Völker liebt und dass er will, dass sie gerettet werden, deswegen Weltmission und das ist eine ganz hohe Priorität im Neuen Testament. Für alle Jünger geht hin in alle Welt, jeder hat irgendwie eine Verantwortung, dass es geschieht, soll das Evangelium weitergeben. Aber neben diesem Angebot der Rettung durch das Evangelium ist trotzdem immer in der Geschichte vorhanden, dass Gott Herr und Richter der Welt ist und auch die Geschichte der Völker lenkt und leitet und dass Gott die Völker auch richtet. Und wenn Völker Schuld auf sich laden, dann führt das auch unweigerlich früher oder später zu schweren Gerichten. Das kann man immer beobachten in der Geschichte. Nicht unbedingt, dass alle, die da Böses getan haben, ihre gerechte Strafe bekommen. Das geschieht in dieser Welt nicht immer so. Oft gerade auch nicht. Aber trotzdem im Großen, dass Völker, die über Jahre und Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, Unrecht tun, irgendwann sind sie fällig und Gott wird über sie Gericht bringen. Und das ist eine wichtige Botschaft von Obadiah, dass Gott als gerechter Richter der Völker auftritt und in der Geschichte handelt und zum Beispiel das Volk Edom richtet für das, was sie den Juden angetan haben. Wenn heute irgendein Volk in der Welt Unrecht tut, andere überfällt und schreckliche Dinge macht, dann kann man wissen, dass das irgendwann auch Gericht Gottes nach sich zieht. Und die vierte Botschaft ist Rettung im Gericht. Jetzt gehen wir diese vier Punkte durch. Ich will es noch ein bisschen ausführen und dann sind wir schon fertig mit diesen Propheten. Der Prophet Obadiah ist ein Wort der Ermutigung aus vier Gründen. Einmal, Obadiah als Prophet des Troses und der Ermutigung ist ein Prophet des Troses und der Ermutigung in der Epoche der Trauer und Klage Gottesdienste. Dort passt er hinein. Also in der Zeit, wo man klagt und trauert über die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, über den heimtückischen Verrat seines Brudervolkes Edom zum Beispiel auch, man klagt und trauert, dort in dieser Phase ist Obadiah ein Prophet des Troses und der Ermutigung. Warum? Weil er das nicht selber sich ausgedacht hat oder sich das einfach wünscht, sondern weil es von Gott kommt. Dies ist, was Obadiah geschaut hat, so spricht Gott, der Herr, über Edom. Vers 1. Vers 4 heißt es, spricht der Herr am Ende. In Vers 8 heißt es, was gilt, spricht der Herr. Ich will. Also es ist Gottes Wille, was hier geschieht. Und in Vers 18 auch noch mal, denn der Herr hat es geredet. Also weil er das Wort Gottes sagt in dieser Situation, ist das ein Trost und eine Ermutigung. Weiter ist dieser erste Teil, wo das Strafgericht Gottes über Edom ausgeführt wird, noch begründet wird, mit dem Hochmut, aber vor allem auch mit dem brutalen, schrecklichen Verhalten gegenüber den Juden bei der Zerstörung Jerusalems, ist es ein Festhalten an Gottes vergeltender Gerechtigkeit. Trotz dem Erleben, dass sie selber gerichtet wurden, 586 vor Christus. Also Israel ist bestraft worden für Jahrhunderte von Sünden, Abfall von Gott, ist Israel bestraft worden. Und Israel soll durch die Botschaft Obatias ermutigt werden, daran festzuhalten, dass Gott ein Gott ist, der gerecht ist und der auch Böses vergilt und der auch denen vergelten wird, die an Israel Böses getan haben. Und das soll sie ermutigen. Festhalten an Gottes vergeltender Gerechtigkeit, obwohl er es im Moment nicht sieht, dass denen irgendwas geschieht, die da so schrecklich gewütet hatten unter Israel. Auch Festhalten an Gottes Königsherrschaft, Vers 21, dass irgendwann Gottes Königsherrschaft auf Erden wieder sichtbar wird. Und eine Hoffnung wird ausgedrückt, dass die gefangenen Juden zurückkehren. Das hat ja schon Micha und Jesaja und Jeremia besonders, dass sie zurückkehren werden. Auch wann sie zurückkehren werden, hat Jeremia geweisert. Aber es wird einfach bestätigt, ja, sie werden zurückkehren und sie werden das Land auch wieder besitzen. Auch in der gesamten Ausdehnung werden sie das Land wieder besitzen. Also das ist eine starke Ermutigung, die durch das Buch Obatia dann für die Juden in jener Situation nach der Zerstörung Juslems ausgeht. Die Schuld Edoms. Was ist die Schuld Edoms? Das zweite große Thema. Sie wird aufgedeckt, sie wird ganz klar beim Namen genannt und das tröstet, beziehungsweise es macht auch deutlich, dass Edom hat das Gericht auch tatsächlich verdient. Es ist nicht ungerecht, wenn Edom gerichtet wird, sondern sie haben sich das wirklich hart erarbeitet. Edom hat sich Gott zum Feind gemacht, denn Edom hat sich auch am Apfel Gottes vergriffen. Und was wird Edom zur Last gelegt? Im Buch Obatia werden mindestens sechs große Themen bereitgestellt, die Reiche zur Last gelegt. Einmal der Hochmut des Herzens. Durch ihre unheimlich sichere Stellung dort im Gebirgsland Edom war es sehr schwer einzunehmen. Die Hauptstadt Petra war extrem sicher, nur durch eine lange Schlucht zu erreichen. Von daher konnte keine Armee der Welt da durchmarschieren, ohne vernichten geschlagen zu werden. Also da war sie von derheit sehr sicher. Und da hat sich Hochmut eingeschlichen, Hochmut des Herzens. Und dann ihre Häuser, ihre Paläste, tatsächlich buchstreich in Höhlen, Felsen geschlagen, eigentlich uneinnehmbar. Und dieses Sich-Sicher-Fühlen, weil man ja so exponiert steht, ist auch anderen zu Verhängnis geworden. in Isaiah 14, Vers 13, haben wir eine interessante Stelle, die auf den König von Babel geht, wo ein ähnlicher Sachverhalt ist. Isaiah 14, Vers 13 lese ich. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Das ist gemünzt auf den König von Babylon, aber vielleicht im tieferen Sinn auch auf Satan sogar. Also sich da so exponiert stellen und dann ist das Ergebnis, dass doch hinabgestürzt wird in die Grube. Und so ist auch mit Edom, ja, exponiert in den Felsen oben, scheinbar völlig sicher, uneinnehmbar, hochmut des Herzens, aber Gott wird sie zu Fall bringen. Dann ist ein zweiter Punkt, der angesprochen wird, diese Stolz auf eigene Weisheit. Edom hat sich was eingebildet auf seine Weisheit und die waren tatsächlich enorm clever, die haben eine extreme Baukunst gehabt, in der Bewässerung dieser Wüstenstadt Betra, das sind einzigartige Konstruktionen, die waren total schlau, wie man eine Stadt mit bis 20.000 Einwohner, wie man die mit diesen wenigen Quellen dann bewässert und haben Bewässerungssysteme gebaut. Also sie waren sehr clever, auch sonst waren sie auf ihre Weisheit sehr stolz und Gott sagt im Korintherbrief, dass er die Weisheit der Weißen zunichte machen wird, weil wahre Weisheit hat immer etwas mit Furcht Gottes zu tun. Also dieser Stolz auf eigene Weisheit ist auch grundsätzlich etwas, was zu Gericht führt. Aber dann sehr konkret, war es das Verhalten gegenüber Israel, vor allem im Kontext der Eroberung Jerusalems, Mord und Gewalt an Jakob wird ihnen vorgeworfen. Auch Schadenfreude über Jakobs Untergang, sie haben sich gefreut am Elend des Anderen. Dann haben sie Jakob geplündert am Tag der Not. Wo es ihnen schon schlecht geht, haben sie ihnen das Wenige, was noch da war, dann auch noch weggenommen. Plünderung am Tag der Not. Niedermetzeln der jüdischen Flüchtlinge, statt Flüchtlinge aufzunehmen und sich zu freuen, dass ein paar entkommen sind, haben sie noch abgeschlachtet und ihnen ihre Habseligkeit noch genommen oder an den Feind ausgeliefert. Alles ist ein ganz niederträchtiges, fieses Verhalten, was Edom hier zur Last gelegt wird. Und das noch unter leiblichen, verwandtschaftlichen Brüdern. Die dritte Botschaft, Obathias, ist, dass Gott, der gerechte Richter, die Sünde straft. Das ist einfach so gesetzt. Das ist Tatsache. Gott tut das. Der Tag des Herrn ist nahe über alle Völker. Einmal escherologisch, der Tag des Herrn, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält und die Völker errichtet und Antichrist und so weiter auch auflegt. Also escherologisch, Tag des Herrn, aber auch innerweltlich, immer und immer wieder in der Geschichte gibt es einen Gerichtstag, wo Gott Gericht übt an Völkern. In der Regel auch dann durch andere Völker. Letztlich ist dann immer Jahwe selbst, der das Gericht vollzieht, das ständige Ich, 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 Ich werde es machen. Und in Römer 12 heißt es ja, meine ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und Gott bedient sich dann Werkzeuge, Werkzeugen für seine Rache, um seine Rache auszuüben. Und wir werden noch sehen, welche das sind. Und Ziel allen dieses Gerichtes, was bezweckt Gott mit dem Gericht? Es ist nicht nur Strafe, sondern zieleingerichtet ist das Offenbarwerden des Königtums Jahwes, dass die Herrschaft sichtbar aufgerichtet wird, dass deutlich wird, wer das Sagen hat, dass deutlich wird, dass Gott der Herr ist, der das nicht duldet, dieses Verhalten von Völkern. Und deswegen eingreift und das straft und richtet und wieder zurechtbringt, richtet, etwas richten. Das göttliche Gerichtsmaß ist das Lex Talionis, das Gleichheitsprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so er dir. Nicht wir sollen richten, wie du mir, so ich dir, sondern wie du mir, so er dir. Und das wird überaus deutlich im Buch Obadja, eigentlich so massiv wie fast nirgends sonst in der Bibel, auf so kurzem Raum wird dieses Lex Talionis-Prinzip offenbar gemacht. Und zwar, wenn man folgenden neun oder zehn Sachverhalte sich vor Augen führt. Hochmütige werden verachtet, Vers 2 und 4. Plünderer, Edom hat sich als Plünderer betätigt, werden ausgeraubt, Vers 5 und 6. Treulose, Edom war gegenüber Israel untreu, im Brudervolk, die werden dann selber von ihren Freunden verachtet und vergessen. Mörder werden vernichtet, neun bis zehn. Die Partner, als Partner angreifender Völker, Edom hat sich zum Partner Babylons gemacht, welches Jerusalem zerstört hat. Partner angreifender Völker werden selbst von Völkern angegriffen. Vers 1. Die auf Geschlagene herabsehen, die sie verachten, wo sie jetzt am Boden liegen, die herabschauen auf sie, die werden selbst klein werden. Vers 2 und 3. Die sich an Gefangenen vergreifen, werden selbst geplündert. Die, die Flüchtlinge ausliefern, finden selbst, wenn es ihnen an den Kragen geht, keine Zuflucht. Und die, die Entronnene getötet haben, werden selber als Brudermörder vernichtet. Also Fazit ist hier, dieses Lextalliones-Prinzip, gleiches für gleiches. Dir wird vergolden von Gott, wie du getan hast. Vers 15b. Ich muss noch mal lesen. Schon wieder geschlagen. Vers 15b. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also wie es Gesetz von Saat und Ernte gibt, ist auch das Lextalliones-Prinzip, das, was du Übles getan hast, genau so wird es dich dann auch treffen. Das wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, beim Völkergericht. Matthäus 25 ist sehr wichtig hier in diesem Zusammenhang. Matthäus 25, Vers 31 und 32 ist vom Weltgericht die Rede. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Also werden dann die guten Völker und die schlechten Völker voneinander auch geschieden und auch die Einzelnen aus diesen Völkern. Und dann ist in Vers 41 und Vers 45 das Prinzip, wonach gerichtet wird. Und es ist das Dex Thalionis Prinzip, was hier genannt wird, dieses gleiches Recht. Vers 41 Vers 40 ist es, Entschuldigung, Vers 40, Vers B, das zweite Teil von Vers 40. Und der König wird antworten zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also was wir den Menschen getan haben, wenn es nur den geringsten seiner Brüder ist, das haben wir dem König der Welt, dem Herrn Jesus getan. Was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und in Vers 45 heißt es dann, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Hier geht es allerdings um gute Werke, Kranke besuchen, sich Schwachen annehmen und so weiter. Und was ihr da den Fremden und den Gefangenen und den Traurigen und so, denen Gutes getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Oder umgekehrt, was ihr denen nicht Gutes getan, was ihr versäumt habt, habt ihnen Gutes zu tun, was ihr an den Flüchtlingen versäumt habt. Das habt ihr auch dann mir nicht getan. Das ist eher in Bezug auf gute Werke gemeint in Matthäus 25. Gute Werke, die getan wurden, wurden Jesus getan und gute Werke, die nicht getan wurden, Jesus nicht getan. Also Dinge, gute Werke. Aber das Nextalionsprinzip gilt eben auch für die bösen Werke, dass das, was ich Böses tue, mir dann widerfahren wird im Gericht. Plünderer werden ausgehaubt, Hochmütige werden verachtet, Mörder werden vernichtet und so weiter. Werkzeuge des gerechten Strafgerichtes Gottes können sein und sind es in aller Regel, steigt Gott nicht vom Himmel herab und macht durch einen Engel ein Wunder und vernichtet eine Nation. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott das normalerweise macht. Er macht das manchmal, Sodom und Gomorra zum Beispiel, wie Gott den Turmbau zu Babel, dem Einhalt gebietet, da ist auch so ein direktes Eingreifen Gottes. Aber normalerweise übt Gott sein Weltregiment aus, indem er andere Völker benutzt. Und das ist auch hier der Fall, in Vers 1b und Vers 7 von Obatia wird deutlich gesagt, dass Gott andere Völker benutzt, dass er es durch andere Völker tut, das ist schon wieder verschlagen. Vers 1 Dies ist das, was Obatia geschaut hat. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört, ein Bode ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Also Gott macht es nicht direkt, sondern er sendet unter die Heiden, dass andere heidnische Völker gegen Edom kämpfen. Also er beauftragt, andere Völker gegen Edom zu kämpfen, um das Gericht zu vollziehen. In Vers 7 genau das Gleiche, da heißt es, alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Also nicht Gott wird vom Himmel herabsteigen und Edom aus dem Land rauswerfen, sondern er wird es durch die früheren Bundesgenossen von Edom machen, nämlich durch die Babylonier. Und wir haben das überaus deutlich, wie Gott, wenn er zum Beispiel auch Israel straf, wie er heidnische Nation benutzt. Also eine der Klassenstellen ist hier Jesaja, Vers 10, Kapitel 10, Vers 5, da wird Assyrien als Gerichtsrute Gottes bezeichnet. Heißt es, wehe Asur, der meines Zornes Rute und meines Grimes Stecken ist. Also Assyrien, die Weltmacht Assyrien wird von Gott benutzt als Rute, als Stecken, mit dem er Israel straft. Einmal wird Assyrien dann im weiteren Verlauf von Jesaja 10 auch Axt genannt oder Säge. Und so wie eine Axt sich nicht rühmen kann gegen den, der sie zieht oder eine Säge sich rühmen kann gegen den, der die Säge benutzt, so ist auch Asur, obwohl es Weltmacht ist, nur Werkzeug in der Hand Gottes. Oder in Jeremiah 25 wird Babylonien, Nebuchadnezzar insbesondere, als das Werkzeug Gottes benannt, mit dem er Israel straft und richtet. Weil die es dann aber übertreiben und sich versündigen in diesem Gericht, werden sie selber dann auch wieder gerichtet. Aber das ist ein grundsätzlicher Fakt vom Alten Testament her, dass heute eigentlich fast völlig ausgeblendet wird, als würde es gar nicht in der Bibel stehen. Aber es ist so, dass Gott immer und immer wieder in der Geschichte andere Völker richtet, indem er andere Völker dazu benutzt, diese zu strafen. Manchmal ist auch Israel dann das Werkzeug Gottes zum Gericht über andere. Das ist in Vers 18 dann der Fall bei Obatia, wo dann Israel selbst in der Zukunft als Werkzeug Gottes dient, um andere Völker zu sämen und auch zu züchtigen im Auftrag Gottes. Moment, der zu viel hin und her. Also Vers 18 heißt es dann, und das Haus Jakob soll ein Feuer werden, und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau Stroh. Also hier wird Gericht an Esau auch durch Israel Nord und Südreich angedeutet. Oder Vers 21, und es werden die Geretteten vom Berg Zieren kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Also möglicherweise ist es escherologisch hier. In Sahaja 12 Vers 6 ähnlich, das ist definitiv escherologisch, also in der Endzeit, wenn Antichristin sein Heer gegen Israel zieht, wird dann Israel benutzt, um wieder gegen diese Völker vorzugehen. Also Gott hat Werkzeuge für sein Strafgericht an den Völkern, in der Regel sind es andere Völker, zum weilen auch Israel. Und die strafende Gerechtigkeit Gottes, ergeht gleichermaßen über Israel, als auch über die Nation. Macht Gott keinen Unterschied, kein Ansehen der Person. Wenn Israel sündigt, wird Israel bestraft. Wenn andere Nationen sündigen, werden diese bestraft. Wie es hier heißt in Vers 16, Obatia verkündigt die strafende Gerechtigkeit Gottes. Es gibt nicht nur die Gerechtigkeit, dass Gott den gerecht macht, der an Jesus glaubt, die rettende, heilsame Gerechtigkeit Gottes. Der wird gerecht, der an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Sondern es gibt auch die strafende Gerechtigkeit, dass der, der Böses tut, von Gott gerichtet wird. Ein Volk, Schlimmes tut, von Gott irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch in dieser Zeit. Und Obatia reflektiert das Verhältnis Israels zu den Völkern, so wie in welchem Verhältnis Israel zu den Völkern steht, exemplarisch an Edom. Am Beispiel von Edom zu Israel wird etwas deutlich, wie es auch grundsätzlich wahr ist, im Verhältnis von Israel zu anderen Nationen. Und so wie Edom, das sich an Israel versündigt hat, schreckliches Gericht dann erwartete, so wird auch anderen Völkern, die sich an Israel versündigen, Gericht erwarten. Der letzte Punkt der Botschaft Obatias, also wir hatten ja diese vier Punkte, Worte Ermutigung, die Schuld Edoms, Gott als gerechter Richter der Völker und das letzte ist jetzt die Rettung im Gericht und Rettung gibt es auf dem Berg Zion, sagt Vers 17, auch Joel spricht davon, dass auf dem Berg Zion Rettung ist und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden, seit Pfingsten ist das nicht der Fall, aber auch in der Zukunft, Rettung wird auf dem Berg Zion sein, im Kontext des Endgerichtes, der Berg Zion steht immer für die Gegenwart Gottes oder auch für den Ort der Sühne im Tempel, wo Gott ja auch wohnt im Tempel und dort Sühnung geschaffen wird für Sünden, dafür steht Zion, Rettung für Juden, die Gott nach dem Gericht vertrauen, die jetzt nicht Gott dem Abschied geben, nachdem das Gericht über Israel herangezogen ist, sondern die sagen, Gottes Strafgerechtigkeit hat bei Israel funktioniert, Gottes Strafende Gerechtigkeit wird auch bei den anderen Völkern funktionieren, denn Gott ist treu in seinen Versprechungen und Verheißungen, genauso wie auch in seinen Drohungen, in seinem Gericht. Rettung für Juden, die nach dem Gericht vertrauen, es lohnt sich, auch wenn Gott dich gerichtet hat, ihm weiter zu vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Rettung aber auch für die aus den Völkern, die sich Jahwe zuwenden, Obatia 17 und 20 macht das deutlich, aber auf dem Berg Zion werden Gerettete sein und er soll heilig sein. Es wird Gerettete geben und es hat mit Hinwendung zu Jahwe zu tun. Dem Gericht entflieht, der zu Gott flieht, hat mal jemand gesagt. Das ist aus Psalm 2 genommen, weil das inhaltlich so ist, das küsse den Sohn, damit er nicht erzürnt. Also die Völker haben nur eine Chance errettet zu werden, wenn sie Jesus Christus unterordnen, wenn sie sich Gott unterordnen und nicht wenn sie gegen Gott rebellieren. Fazit, es stimmt schon, die Weltgeschichte ist nicht das ganze Weltgerichte. Weltgerichte. Also es geht nicht immer fair zu oder immer gerecht oder dass jede Sünde bestraft wird und jeder seine gerechte Rechnung wirklich bekommt hier auf Erden. Das ist nicht zu 100% der Fall, aber es ist schon teilweise der Fall. Deswegen habe ich geschrieben, die Weltgeschichte ist nicht das ganze Weltgerichte. Also das, was da noch fehlt zu absoluter Gerechtigkeit, das wird dann schon noch nachgeholt im Endgericht, aber auch in der Weltgeschichte vollzieht sich das Gericht Gottes an dieser Welt. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in seiner Rettung und seinem Strafgericht. Und Obadja lehrt die Glaubenden nicht an Gottes Ohnmacht, wenn er das Strafgericht noch nicht vollzogen hat, wenn es noch aussteht, wenn die Gottlosen noch triumphieren und Gott scheinbar nur zuschaut und nichts macht, weil er vielleicht nichts machen kann, so denkt man, soll man nicht verzweifeln. Obadja lehrt die Glaubenden nicht an Gottes Ohnmacht zu verzweifeln, auch die Christen, die heute verfolgt werden oder Völker, denen Unrecht geschieht, weil stärkere Mächtige sie mit Unheil überziehen, sollen nicht verzweifeln, Gott wird eingreifen, Gott wird Unrecht nicht auf Dauer gewähren lassen. Diese strafende Gerechtigkeit Gottes wird unweigerlich dafür sorgen, dass böse Handlungen auch von Nationen dann auch gerichtet werden und diese Nationen unter Strafe gestellt werden von Gott. Nicht immer eins zu eins, aber im Prinzip und grundsätzlich schon. Und das ist auch ein Trost. Gottesgerechtigkeit offenbart sich in seiner Rettung, aber auch in seinem Strafgericht. Und das Buch Obatia ist dafür ein starkes Statement, eine starke Aussage, wie so ein Pflock, der eingeschlagen wird, am Beispiel von Edom, dass die Sünde nicht nur den Einzelnen, dass die Sünde auch eine ganze Nation finden wird. Und nach dem Lex Talionis Prinzip, das, was sie verbrochen haben, das wird ihnen selbst dann am Schluss widerfahren. Und das ist eine große Warnung an die Völker, die Ordnungen Gottes nicht mit den Füßen zu treten, sondern nach Gerechtigkeit und Recht zu streben und nicht einfach gottlos und brutal andere zu überfallen und zu unterjochen und sonst auszubeuten und all diese Dinge, weil Gott richtet auch die Völker.